Weil ich hier die Amsel wieder aufnehme. Das stört mich nicht. Mich stört nur, weil diese Ausländer, die da hinten wohnen, die Lobesigselort angemacht haben, die haben mich auf dem Balkon aufnehmen gesehen. Die haben mich auf dem Balkon gesehen, wie ich mir Aufnahmen gemacht habe. Ja. Da gebe ich dir jetzt recht, das sind Schweineköpfe. Oder Rindsköpfe, was weiß ich. Das sind böse Menschen. Böse Menschen, genau. Habt ihr es gehört, Leute? Das sind böse Menschen. Ja, richtig schön. Nee, Freunde, ich sehe nicht ein, dass die Leute mich auf dem Balkon stehen und mich aufnehmen sehen und dass die Leute Musik machen mit Absicht. Das sehe ich nicht ein. Diese Ausländer, die haben sie wirklich nicht bei allen. Das sind böse Menschen, wie man das schon gesagt hat. Das ist böse Menschen. ganz ehrlich die haben auch kein verstand weiß was ich damals hat mir ein ausländer gefragt ob der verstand hätte sagt der ausländere ist ganz blöd wir haben verstand soll der liebe gott so möglich mal bestrafen da kommt der kreer jetzt im nest geflogen auch nicht schlecht ist jetzt nur eine bohrmaschine die ist nicht so schlimm wie die musik hier lebt man ziemlich wirklich gefährlich mit dem ausländer die wohnen wirklich ziemlich gefährlich meine mutter gebe ich jetzt recht das sind böse menschen die einfach die die mir auf dem balkon steht und sehen mit aufgenommen beim aufnehmen aufnahme machen und der einfach mit absicht laute musiker machen was ich krach machen ganz laut musiker machen ganz laut musiker machen mit absicht ganz laut musiker machen damit absicht ganz laut absicht ganz laut mit absicht krach machen und dann immer rufen datenschutz gartenschmutz wie das heißt schon nicht mehr war ihr hecht da soll die sbg was besser tun da soll die sbg wirklich was dagegen machen sbg wie solche menschen ausländer was ist ich jetzt ehrlich wo wirklich was dagegen machen echt wünsche ich allen schön das ist doch